Im Stadtteil Lichtenrade kam es am Abend zu einem Unfall an der Mauer, bei dem ein 14-jähriger Junge verunglückte. Rettungskräfte aus Berlin und der DDR konnten nichts mehr für den Jungen aus Lichterfelde tun. Sie wollten kleine Mauerstücke haben, angeheizt von der Stimmung in der Stadt. Das hat sich auch auf die Kinder übertragen, dass man da so ein Stück Mauer braucht. Manuel sollte dann eben zwischen sechs und halb sieben zu Hause sein und wer nicht kam, war Manuel.